Dieses hier angebotene Objekt befindet sich im Kreis Neuwied. Die Immobilie wurde 1999 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über zwei Außenparkplätze, ein Badezimmer, zwei Schlafzimmer, eine Gästetoilette sowie einen Keller. Die Ausstattung entspricht einem gehobenen Standard. Bei einer Wohnfläche von ca. 155 Quadratmetern beläuft sich der Preis auf 209.000 Euro. Wüstenrot Immobilien GmbH steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.